der honig weg war also ich habe 35 prozent ich brauche also eigentlich dringend oder eine blaue pille plus honig geht auch wo bist du was die ist nicht oben in die schaft den kompass oder die lo die 4.000 km wie vier kilometer an der 100 aber was sagen wir meine flagge da gesehen woran sagen wir sind nämlich nur einmal 200 meter vor ist das geschissen da hat irgendwas sein laufen dazu wenn er es nur raus ich habe das ganze zeug ich habe ganze fleisch raus ich habe ja hier fleischstecks gemacht ich brauche ich muss honig haben die markenbau fertigung ackerbau ist jetzt alles mitnehmen am besten macht die pakete jetzt nicht auf ich habe das noch mehr zu steppen jetzt weiß schon ich dachte da sind dinger drinnen bücher ja das ist so ein buchsymbol dann wo glaube ich bücher sind zeitschriften pakete wieder heißt das ist jetzt schlecht ich ist stoff wetzen drinnen kann ich auch nicht nehmen weil du bist ja scheiße auf vier stoff wetzen das ist schon weiter weg wie weit ist denn die scheiße von dir noch vier kilometer na ruhe wenn wir mit dem fahrrad bauen sollen aber ich habe keinen lenker nix was liegt denn hier alles rum ja da sind die bücher und da kommt man neben dir ich habe drei gelesen dann da auch noch welche kreide Honig war weg sagst du ne musst du in die richtung hier laufen ja ich sehe das ja irgendwo nicht da sind Maiskolben drinne kannst du die nehmen oder bist voll bin voll ich habe auch keine dabei was kann ich denn wegtun Lagerfeuer kann ich ja wegwerfen kann man da schnell neu bauen ich habe auch irgendwie ein Lagerfeuer dabei ich weiß nicht mal woher zwei Stück vorne waren ich habe auch noch eins mitnehmen können ach so davon kommt da wahrscheinlich der andere unterwegs sollten wir mal Holz auch mal steine müssen wir unterwegs ein bisschen mit sammeln die sind alle weg gewesen ich habe 284 oh moin ups kann auch ein paar aufheben ja oh wo sind wir denn entablieren forest wo sind wir denn jetzt auch auf dem brandenwald challenge ja so her sind die steine aufziehen oder zu schlagen aufheben oder gibt immer einen dazu schlagen kannst du nicht mehr oder weiß nicht mach ich guck mal ja auch ein dabei so ein riesen ding kostet mehr kriegen hier ist ein auto aber wenn du dich schlägst kriegst du halt noch 4p oder so hier ist blei drin da kann ich auch nicht mitnehmen hey außerdem hier liegt schlafen hier mal auto öl kann ich auch nicht nehmen ja 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 öl hab ich oder wups wo ich meter scheiß drauf schlafsack weg ich habe auch zwei dabei was schlafsäcke aber ist das ein verbranntes gebiet wo deine markierung ist weiß ich nicht wir haben noch ein bisschen zum laufen da hast du ja gar nichts in der nähe aber das ist aber noch 3,4 kilometer laufen ja chill ja warte hier ist ein baum den ganz alt ich glaube ich habe vier dinge ins rem dann brauche ich aber einen platz frei das kann ich nicht weg tun eigentlich kann das knochenmesser weg ich habe da ein jagdmesser oder ja aha komm mach keinen scheiß und gib mir mal honig alter so ein wechser ich krieg keinen honig guck wenn der baumdinger siehst hier diese baumschmünfe mach mal honig klar ist bei mir dringend aber 36% wer ist schuld steinfelsen hier ist einfach eine dicke hütte mit dreieinhalb totenköpfen geh da rein also gestern wo ich nochmal angemacht habe bin ich in ein ding rein der war mit vier alter so militärdingens mit den ganzen scheißdingens rum minen auch grüne scheißzombies drinnen alter die habe ich durch die minen gelockt die haben irgendwo jeweils alter drei oder vier minen überlebt die hunde söhne ja das war nicht schön bin ja fast gestorben sogar kamen zwei hunde einen hund habe ich durch die mine gelockt habe ich auch weggesprengt die dreckshöhle beinbruch hatte ich glaube ich auch ne bein verstaucht hatte ich da konnte ich auch nicht rennen also konnte ich schon aber da wäre ich weiter hochgekommen mit der scheiß prozent da das geld kann ich nicht mal mitnehmen welches putzzeug jetzt aber ja ich kann ja mal einfach hier eine dose futtern ich habe bestimmt eh Hunger oder fast hier sind wildschweine wieder bei mir wa ich bin hier an der hütte wenn ihr mich jetzt sieht als er angreift dann habe ich ein problem ich habe keine Ausdauer wenn ich jetzt hier so weiter renne da ist mal bitte da eine blaue pille oder so liegen hat sie in der hütte? ja ich brauche das aber oder hast du auch diese scheiß die ganze infizierung scheiße ne ne mal mal ich bin hier schädel trauen oder was bleib tot jungen du bist da oben um kämpfen auch siehst du ja ja ich bin unten hier kommen aber auch gerade welche da mach du oben ich mach unten ey warum ist er jetzt so schnell? Huch im Sommer schrocken ja da kriege ich auch immer Hits Junge was los? komm Timmy schlaf gut schrocken Big Daddy auch Stofffetzen Aue ich kann nichts nehmen hier da wo kommst du denn zum hinten? keine Ausdauer ey keine Ausdauer ey Glöpft unten Glöpft unten übrig ist viel oh ihr seid von hier gekommen ist hier noch irgendetwas besonderes drinne? ne gafelmaschinen schauen wir mal wie wir das lager gefunden haben ja bis am geiern oh geht das auch schneller mit dem nachladen oh geht das auch schneller mit dem nachladen da Bauarbeiter Sim muss natürlich wieder schlucken jede Länge Arschloch jetzt hab ich ne Infektion oh die fängt bei dir gerade an aber das geht ja nicht bei mir alter gleich auch 40% du seid ernst junge wer ist das schuld? du warum ist einfach so ok das blei drinne kann ich auch nicht nehmen Sand und Messing kann ich auch nicht nehmen Aua kannst du da hochkommen gucken was du hier mitnehmen kannst ja dann geh du gleich in die Garage und hol das aus die Mülltonnen und die Autos da raus ich schau jetzt erstmal die Kisten auf so was gibts denn hier oben ist doch nix ja ja wie ich seh nix ja hier ganz oben hier unten ist nix mehr schon ich wusste Bauplan wieso liest du den Bauplan denn nicht hier von die Klingeauern hab ich ja nicht gesehen ja doch der war ja schon durchsucht der stand ja nicht mehr unberührt dran was ich gedacht du hast mir nur gedacht das ist einfach ein scheiß mod einfach nur auf da ist aber so ein Buchsymbol dran da ist zum lesen dass du das bauen kannst Amateur 5000 haben wir die jetzt auf können wir alles mit Medizin hier die Spritze nämlich da kann ich nichts mehr das Ölschieferzeug habe ich auch dabei die Batterie kann ich nicht zerlegen da gibt es da auch was für ne was gibt es dafür weiß ich nicht Blei was da eh glaube ich nicht nehmen kann weil ich voll bin Blei kann ich glaube ich nehmen mehr Schaden gegen Eisen mehr Schaden gegen Eisen Eisen Knochenmesser auf hier kannst du da nehmen ja aber es ist doch schwächer als mein Jagdmesser trübes Wasser kann ich auch nicht nehmen naja Ruhe ich kann einfach gar nichts mitnehmen hier 5 Minuten geht es dann weiter warum ja bis wir hier die 5000 runter haben dann musst du schneller hauen hallo 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 wie viel Fleisch hast du dabei gebraten hast gegrillt ist Fleisch habe ich gar nichts ich habe 10 gewackene Kartoffeln warte mal habe ich noch Kartoffeln zwar auch aber gebraten habe ich ne keine Ruhe nein habe ich nicht hast du Autoreifen oder irgendwas die ich stapelte oder so ne Geschossspitze auch nicht grober Schrott Gold Geld hast du doch gestapelt oder Gettung altes Geld habe ich ja ne Gettung Gettung hier habe ich auch ja dann hier dann nimm die mal mit jetzt habe ich direkt Blei im Inventar gleich kannst du Autoren hast du noch irgendwas Verletzung am Bein oder so ich habe hier noch Gips ne ich habe auch noch so meinst du ich habe noch so eine Schiene habe ich ja grüne Schiene ne die nicht ich habe noch mal einen Gips Schiene hatte ich auch gestern noch gehabt wo ich noch mal alleine rein gegangen bin äh hatte ich dabei Arm ne das hatte ich verstaucht irgendwann hatte ich verstaucht da habe ich das benutzt ja den Arm doch da habe ich die Schiene glaube ich ran angehauen ja mit die Flip Flops hier auch mit die Flip Flops hier unterwegs auch du Junge du Junge naja ich weiß mal noch keine Ausdauer kann ich nochmal keine Ausdauer ne warum ich finde die ganze da auf 100 wie machst du das denn weiß ich da habe ich bestimmt irgendwas drauf egal ich mache jetzt hier Packesel erstmal auch wieder einen hoch kann ich den hochmann ne ne ich mache keinen Pack ich mache Ausdauer hier wo ist Ausdauer bei ist das Parcours Ausdauer ne oder oder das ist das oder wenn oder ja genau das 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 ist das auch immer die ausdauer wenn mir und war ich hab ihn nicht mal aufgemacht kann ich sogar noch mitnehmen unberührter schrank so wie die alte gefallen ist gute position bin ich nicht auf klatschen ja das braucht jetzt habe ich ja auch noch eine dinge ins alter aus dem verband ich glaube ich habe einen der müssen da gehen oder warte dafür so meine denn ich habe einen gerade von den gehabt das war der ohne kreuz drauf normaler ernst das passiert sein soll an er hier fünf da sind sie doch reparieren veröffentlichen ich brauche alter nicht mehr aber jetzt müssen wir hier wasser kann ich da rein jumpen ich hab Schaden gekriegt das auch einmal, willst du verarschen? wie komisch denn das hier raus? mit der Leiter so, wo müssen wir hin? ist hier irgendwie raus keine Ausdauer spürt man einmal, dann ist er direkt Ausdauer weg da ist ein Baumstamm ja, rauscht 30 von Auer gefühlt ich hab nichts gekriegt ich auch nicht kein Honig sicher? naja, ich bin ja voll wenn müsste der Dom ich glaube ich weiß warum das bei mir jetzt so ganz langsam ist mit der Ausdauer weil ich halt so infiziert bin, zur Hälfte schon ich brauche mittlerweile, wenn das weiter geht, brauche ich nachher schon 2 blaue Pillen damit das weg geht, alter ich glaube die blauen Pillen, die macht nicht mehr, ich rieche ihn ab 25 weg das das hier ist Nitratpulver kann ich glaube ich nehmen, ich glaube ich hab ja, dann brauch ich über den ja, hab ich wir müssen uns die Picke nachher bauen wir müssen uns die Picke nachher bauen ja, das ist ja schuld seiner Aufgabe ja, das ist ja schuld seiner Aufgabe Baumstamm? 2 Stück Baumstamm wichtig naja, mach mal guck mal guck mal ob da wird krass nö warte mal hab ich überhaupt Platz naja wenn dann fällt der hier runter halt zack ist egal, was ich esse trotzdem warte mal was da nicht Platz hat wißt du, seitdem ich gerade Hunger ja boah wo hat der der Honig jetzt hingetan? da in dem Fach guck grad sagen oh ein Honig direkt inhalieren nö jetzt nochmal sieben stück mhm eins muss ich auch noch essen hättest du mal essen und dann wär die bei dir wenigstens runter ja wildschwein, pass auf die scheiß sich hab ich gestern nicht ich hab im fluss die Hunde ja auch rechstölen lass mich mal reinmachen oh da war ich los lass das halt mal rupfen jungen aber frisches Fleisch kein Platz ich aber Pflanzenfasern kann ich jetzt nicht nehmen Tierfett hast du doch oder nicht? Tierfett? oder Knochen ja Knochen auch? mhm dann nimm du beides ja hab ich hier liegen ja ich hab das ja mitgenommen überhaupt schon was liegt da noch? zack ähm da ist ne Schlange da ist ne Schlange Pat Junge das hab ich direkt gehört auch da ist ne Base da vorne auch Militär links von uns naja 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 da musst du jetzt zwei baum ne ein baum stamm da ist ne aber zum skillen drei punkte und Ich bin jetzt hier nie mit der Aufstrahlung. Ich bin jetzt hier nicht mit dem Aufstrahlung. Da haben wir kleine Hütte bei uns. Hier ist wieder Messing und so bei auch. Gold hast du gehabt und Kleber, das muss ich dir gleich geben. Diese vier alten Sandwiche werfe ich jetzt weg, das Messing ist mir wichtiger aber. Ich weiß, dass die davon immer Probleme hatten und Mangel. Habe ich noch irgendwelche Futterdosen? Ja, dann kann ich die hier wegfuttern. Dann kann ich da selbst ein Kleberwadler im Lager machen. Bisschen Einplatz. Ich habe eh Hunger. Ich habe es nicht mehr als Km. 2 Meter noch Kommt aber kein normales Gebiet, oder? Bisher nicht Die hat ja auch keine Holzdingen sind, oder? Ich hab nur einen kaputt gehabt, da war aber nix Da vorne ist nochmal ein Stamm Nichts Hm Nimm mal ein Stämmchen Uff So, ich hab eins Dann fress mal, das ist deins weg Ich war auf 4,6 Da machte 5 weg, ne? Gut Dann rechtzeitig gefunden, wa? Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Jetzt siehst du mich aber auf dem Weg. Hier steht ein Holzding. Gucken wir mal rein in die Lootkiste. Habe ich eigentlich schon da gerade einen Platz? Nein, oder? Hmm. Das ist schon die Wüste. Oh, ich tue mir mal da von einem rein. Von der Droge. Ja. Bin ich nicht mehr überladen mit. So, was tue ich denn wegwerfen in der Zeit? Sag mal. Weiß ich nicht. Ich habe hier Wüstengebiet. Aua. Lange ich in der Wüste bauen. Verrottete. Ich würde das eigentlich alles nicht wegwerfen gerade. Gibt mir aber auch keinen Honig, der Hundeson. Ich kriege da nichts aber. So, ein Bastard. Hello. Also auf jeden Fall in der Wüste. Weiß nicht, ob du da bauen willst. In der Wüste glaube ich nicht, dass das schon gut ist für uns direkt, oder? Ich nicht. Ich tue jetzt diese Zeitbomben hier und so weg. Also ich nehme lieber... Ein Rohr hast du auch mit, aber kann ich auch nicht anfangen. Gebackene Kartoffeln habe ich auch. Ei. Maler Pinsel, ich tue Pinsel weg. Ich nehme die Rohre mit. Okay? Hm? Ich nehme die Rohre mit. Dann tue ich Pinsel weg. Scheiße hier auch. Hm. Wüste, Wüste. Ich weiß nicht, ob wir da... Kriegst du da nicht schon Schaden und so einen Scheißdreck? Oder hast du irgendwie Hitze-Kacker, wenn wir nichts haben? Weiß ich nicht. Ich lauf jetzt aber mal irgendwo hier einfach Richtung. Osten. Osten. Wie aus Südosten. Ja, bei mir ist alles gut. Bei dir? Hast du jetzt noch streamen? Ja, habe ich da eben schon gesagt. Vor halb Stunde. Nicht nur zwei, drei Minuten. Ey, hier ist ja ein Händler. Warst du hier gucken? Nee, den habe ich nicht gesehen. Jens, irgendwas hier ist ein Händler. Guck mal hier auch. Das ist eine Kirche, Alter. Ja, in der Verbrannte. Ich gehe direkt mal gucken, weil... Oder? Boah, guck mal die Kirche, wie das hier aussieht, Junge. Das ist eine Lady. Bad News. Ich wusste, du hast es in dir. Good work.